Ja. Warte mal, ich... Halt! Noch nicht! Du kickst, du hast das doch eigentlich. Du musst immer sagen, los. Ja, gleich. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute packt Hannah mal vier Überraschungseier aus. Und zwar einmal Spider-Man, Disney Super Surprise, Plane Super Surprise und It's All About Mini-Maus. Gut, jetzt darfst du loslegen. Welches du möchtest? Spider-Man. Spider-Man möchtest du zuerst auspacken? Ja. Am besten weiter hier vorne, dann können die Leute auch schön gucken. Das Ei hier hin. Genau, super. Klasse. Schaffst du das oder soll ich dir helfen? Ja, was ist das? Schokolade? Das darfst du nehmen, wenn du möchtest. Hier, jetzt kannst du auspacken. Und was haben wir? Ein Anhänger mit Spider-Man drauf. So, dann packt man das nächste aus. Hm, schwierig, ne? Das ist jetzt die Disney Surprise. Wer ist das? Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist Schneewittchen. Schneewittchen von den sieben Zwergen. Und dabei gibt es ein paar Was sind das für Kugeln? Ja, reinkippen. Soll ich die da reinkippen? Und dann kannst du mal probieren, ob das Zuckerperlen sind oder Schokoperlen. Probier mal, ob das Zuckerperlen sind. Eine noch. Das klingt nach Zuckerperlen, ne? Du musst auch mal probieren, eine weiche. Ai, ai, ai. So, jetzt machen wir Plains auf. Noch mehr Zuckerperlen in anderen Farben. Und was haben wir hier drin? Oh, Mensch. Das war keine so gute Idee mit dem. Eier. Ein Kreisohrner. Pass mal auf. Bei den Disney-Ei sind übrigens auch noch Sticker dabei. Und, pass mal auf. Vorsicht. Achtung, geht los. Cool, stimmt's? Kopf zurück, sonst kann keiner was sehen, Hase. Und das Letzte. Mini-Maus. 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 Guck mal, bei Plains sind auch Aufkleber drin gewesen. Cool, ne? Mhm. Noch mehr Schokolade. Warte, ich helfe dir wieder. Hier. Sind da auch Aufkleber? Nein. Aber es sieht nach einem Schlüsselanhänger oder sowas aus. Ach, das ist ein... Guck mal. Das ist ein Armband. Und an das Armband kannst du die, ähm, verschiedenen Anhänger ran machen. So, das waren die vier Überraschungseier. Ein Armband von Mini-Maus. Einmal Schneewittchen. Ein Brummkreisel. Und ein Anhänger von Spider-Man. Plus Aufkleber. Zeigst du mal die anderen Aufkleber nochmal. Hanna und ich sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss.